Adam a.s. hat nicht von dem Baum gegessen. Allah s.a.s. sagte im Koran, فَلَمَّ ذَاقَ الشَّجَرَ Er hat nur eine von dem Baum genommen, eine Frucht von dem Baum genommen und er hat nur das geschmeckt. In dieser Sekunde hat Adam seine Krone verloren. Seine Kleidung ist runtergefallen. Er hat von den Blättern vom Paradies sich versteckt und wusste, dass er eine Sünde begangen hat. Adam a.s. hat 200 Jahre geweinigt, weil er die Befehle von Allah s.a.w. nicht wahrgenommen hat. Denn Allah s.a.w., weil er Al-Baumer ist, beim Hesken ist, er hat ihm Worte, die Ruhe Worte gesinnt, geschickt, gegeben. فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلْهِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ Als Adam diese Worte ausgesprochen hat, hat Allah s.a.w. seine Ruhe angenommen. Allah s.a.w. hat gesagt, O Adam, Du bleibst nicht mehr im Bereich. Du gehst auf die Erde. Du, deine Frau, Iblis. Und er werde von mir Botschaften bekommen, Wissen bekommen, Richtleitung bekommen. Wem meine Richtleitung folgen würde, فَلَا يَطُّوْا وَلَا يَشْتُوْا Er wird immer Richtgeleitet. Und er wird nie traurig sein. وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكِلِكِ فَإِنَّ لَهُمَ عِيشَةَ تَنْدَنْكَ Und wer meine Richtleitung ignoriert, er wird nur in Traurigkeit auf der Erde liegen. Und im Tageses Gericht wird er zur Hülle blind gehen. Adam a.s.w. hat nie wieder Allah s.a.w. irgendeinen Befehl nicht wahrgenommen. Er hat auch sich bemüht, alle seine Kinder, die Tauhid beizubringen und Allah zu denen beizubringen. Bis zum Tod. Hawa a.s.w. hat jedes Jahr Zivilinger bekommen. Ein Junge, ein Mädchen. Allah s.a.w. hat Adam befohlen, dass ein Junge von dieses Jahr sollte mit Mädchen vom nächstes Jahr heiraten. Und umgekehrt. Weil es gab keine Mädchen auf der Erde außer Adam a.s.w. und seine Frau Hawa. Allah s.a.w. hat Adam seine Gnade gegeben, dass er diese Ruhe, hat ihm eine Chance gegeben. Adam a.s.w. hat diese Chance ausgenutzt. Eingenommen. Iblis auch hat von Allah ein oder zwei Chancen bekommen. Die Eristung, als er die Befehle von Allah nicht wahrgenommen hat, hat gesagt, lasst mich bis Tags des Gerichts. Allah hat ihm gesagt, ich verspreche dir, dass du bis Tags des Gerichts bleibst. Der hat gesagt, oh Allah, wenn du mir mit dieser Versprechung gibst, ich werde mich bemühen, Adam und seine Söhne in dir irre zu führen. Er hat das nicht gut ausgenutzt. Er hat das falsch ausgenutzt. Die zweite Chancen, die Iblis bekommen hat, dass er einmal mit Musa a.s.w. gesprochen hat. Musa hat gesagt, oh Iblis, willst du nicht als Paradies? Willst du nicht, dass Allah s.w. deine Ruhe annimmt und dass du zurück zu Allah s.w. gehst? Das ist natürlich. Er hat gesagt, okay, ich kann mit Allah s.w. sprechen, dass er deine Ruhe erinnimmt und dass du zurück zu Allah s.w. kehrst. Dann hat Musa a.s.w. auch sein Versprechen gehalten und hat mit Allah gesprochen. Allah s.w. die Al-Bahmer, die Al-Bahm-Heskin, hat Musa a.s.w. gesagt, oh Musa, ich habe Iblis befehlt, vor Adam sich nicht zu werfen. und heute, ich befehle ihn, vor dem Grab von Adam sich niederzuwerfen, damit ich seine Ruhe annimmt. Iblis, sein Stolz, dieser falsche Stolz, sagte, oh Musa, ich habe vor Adam, die Bündnis, mich niedergeworfen. Wie kann ich vor seinem Grab mich niederwerfen? Der hat das wieder abgeliehen. Und es ist das Leben. Solange du deinen Geist, deine Seele in deinem Korb hast, hast du immer von Allah s.w. der Chance zurück zu Allah s.w. zu kehren. Adam a.s.w. hat jedes Jahr gebildet, Bilgerfahrt geführt, um sich für Allah s.w. klein zu zeigen und zu heulen, was er von Sünde begehen hat. Bis zu einem Tag kam ein Streit zwischen zwei Sohnen von Adam a.s.w. Einer wollte nicht die Schwester von ihm heiraten, die nach ihm geboren ist, weil die nicht hübsch war. Und wollte die Schwester heiraten, die mit ihm geboren in dem gleichen Jahr ist. Die zwei Brüder haben gestritt. Einer hat den anderen gesagt, ich gebe ein Opfer für Allah und du gibst ein Opfer für Allah. Und die Opfer, die von Allah s.w. diejenigen, die Allah s.w. sein Opfer entnehmen würde, ist diejenige, die mit dieser hübschen Frau heiraten würde. Einer hat einen Kuh, ein großes Kuh als Opfer für Allah gestellt. Und die andere hat ein paar Früchte. Er war ein Bauer. Die andere war ein Herd. und die Zeichen war, dass ein Feuer von Himmel runterkommt und isst die Opfer auf. Das bedeutet, dass Allah diese Opfer angenommen hat. Die Feuer kam und nimmt die Früchte und lässt diese Kuh. Die Besitzer von dieser Kuh sagt dem Bruder, ich würde dich umringen. Denn der andere hat ihm gesagt, Allah nimmt die Taten nur von die Gottesfrüchten. Was soll ich machen? Was hat der andere mit seinem Bruder gemacht? Und wie hat Adam reagiert auf das, was wir inshallah nächsten Mal darüber reden und von den der Sitz von dem 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 Das war's für heute. Das ist das Wort. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bismillahirrahmanirrahim 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020